Ich freue mich sehr mit der Ausstellung Stories Written, die langjährige Partnerschaft zwischen der Museumhaus Konstruktiv und der Zurich Insurance Company zu würdigen. Die Ausstellung ist eine sehr wichtige Ausstellung, die die Zusammenarbeit zwischen der Zurich Insurance Company und dem Museum seit 2007 aufzeigt. Wir haben gemeinsam den Zurich Artpreis ins Leben gerufen. Der Zurich Artpreis ist ein international herausragender Kunstpreis, der mittlerweile weit über die Grenzen der Schweiz hinaus Bekanntheit erlangt hat. Und in dieser Partnerschaft war es uns immer wichtig, dass wir künstlerische Positionen auszeichnen, die einerseits eine internationale Strahlkraft haben, die aber andererseits auch auf ein Werk, auf ein Oeuvre verweisen können, das im Zusammenhang mit den konstruktiv konkreten und konzeptuellen Thematiken des Museumhaus Konstruktiv in Verbindung stehen. Ich werde oft gefragt, wie die Auswahl der Gewinnerinnen zustande kommt und werde das gerne wie folgt erklären. Ich frage jedes Jahr sechs Nominatorinnen an, eine künstlerische Position zu nominieren, die in ihren Augen eine internationale Strahlkraft entwickelt hat, ein wichtiges Werk vorweisen kann, ein Werk, das mit den konstruktiv konkreten und konzeptuellen Thematiken des Museumhaus Konstruktiv in Verbindung steht. Aus diesen sechs Nominationen wählt dann meine Auswahljury, die sich auch in regelmäßigen Abständen neu zusammensetzt, eine Gewinnerin oder einen Gewinner aus. Die künstlerische Position erhält daraufhin eine Einzelausstellung im Museumhaus Konstruktiv und ein Preisgeld von 20.000 Franken. Wir konnten seit 2007 eine Reihe wirklich wichtiger und interessanter Künstlerpositionen zeigen und ich freue mich sehr, dass wir die Zurich Artpreis GewinnerInnen von 2007 bis 2023 in dieser Ausstellung vereinen können. Die Ausstellung ist somit keine thematisch kuratierte Ausstellung, sondern es ist eine Ausstellung, die auf die Ausstellungsgeschichte eingeht und den Zurich Artpreis in seiner Entstehung, in seinen Prozessen und mit seinen PreisträgerInnen würdigt. Wir haben für die Erarbeitung der Ausstellung mit den jeweiligen Künstlerinnen und Künstlern zusammengearbeitet und haben sie nach einem Sie und ihr Werk repräsentierenden Werk gefragt. Und diese Auswahl haben wir zusammengefügt zu dieser wunderbaren Ausstellung, die es uns ermöglicht in jede einzelne Story der Arbeiten einzusteigen. Stories Written ist also ein wirklich unglaublich passender Titel, weil zum einen haben die Zurich Insurance Group und das Museumhaus Konstruktiv Geschichte geschrieben, der Zurich Artpreis ist mittlerweile selbst Geschichte geworden und wir tauchen in 14 Geschichten der ausgewählten Künstlerinnen und Künstler ein. Zurich Insurance was founded here in the city of Zurich 150 years ago. We want to contribute to this city, not just as a business, an investor, a good employer, but also support the community and the arts and culture. To appreciate contemporary art and constructivist and concrete art in particular, one needs to keep an open mind. This is very much true for business and investing as well. Another aspect that binds us is that art movements are international in nature as are multinationals. That's why we think this partnership is so suitable. Both Haus Konstruktiv and Zurich bring Zurich to the world and the world to Zurich. Z Jaime Popch Z Jaime Ronu Trieger Z anytime Z Z